Einen schönen guten Morgen meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei ProfessorDaily.de und ich präsentiere Ihnen den E&G Markets Morning Call für Mittwoch, den 19. August. Gut, am Vortag hat sich eigentlich nichts geändert, wir bewegen uns weiterhin seitwärts im Dachs. Wir hatten am Vortag unser Tageshoch bei 13.052 Punkte erreicht, sind dann mit einer sehr bärischen Tageskerze hier mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gegangen und unser Long- und Short-Bereich befindet sich auch für den heutigen Mittwoch dann unverändert zwischen 12.950 und 13.000 Punkten für Short-Position und dann für Long-Position weiterhin unverändert zwischen 12.750 und 12.800 Punkten hier am noch offenen Gap. Wir sind im Short-Modus, der Kreis ist rot und wir befinden uns weiterhin hier unter unserer Signallinie für den heutigen Tag unter 13.000 Punkten, die wird hier etwas verdeckt von der dunkelroten Signallinie und wir haben weiterhin im großen Bild hier eine mögliche Schulter-Kopf-Schulter-Formation vorliegen, die dann eine Trend-Wende-Formation wäre, falls sie dann bestätigt wäre. Die Bestätigung würde hier unter dem 50er EMA erfolgen, also unter 12.500 Punkten ungefähr und dann wäre dann mit weiterer kräftiger Abwärtsdynamik zu rechnen. Die erste Anlaufmarke nach unten wäre dann hier der 200er EMA, der sich aktuell dann bei 12.110 Punkten befindet und darunter dürften wir dann Kurs nehmen auf die runde Marke von 12.000 Punkten und dann auch langfristig durch diese Schulter-Kopf-Schulter-Formation weiter abgeben. Neutralisiert werden würde diese Schulter-Kopf-Schulter-Formation, wenn wir hier über 13.101 Punkte, also über die rechte Schulter, ansteigen könnten und dann auch Kurs nehmen hier auf das Verlaufshoch bei 13.313 Punkte, dann wäre mit weiter steigenden Kursen zu rechnen Richtung 13.500 Punkte, aber wie ich das aktuell sehe, kommen wir hier nicht richtig weiter, können den Widerstand bei 13.000 Punkten nicht nachhaltig überbieten und dürften daher eher wieder vor fallenen Kursen stehen, wobei, wie gesagt, die Bestätigung erst dann erfolgen würde, wenn wir hier unter den 50er EMA nach unten abtauchen. Wir machen dann direkt weiter mit dem Monatschart, da wollte ich noch auf diese Vormonatskerze hinweisen, hier vom Juli, die eben schon auf Schwäche hindeutet. Wir haben hier einen langen oberen Schatten und einen kleinen Kerzenkörper und damit eine sehr bärische Monatskerze. Wir befinden uns zwar hier im Monat August wieder über dem Schluss vom Juli und konnten hier wieder ansteigen, allerdings ist der Monat August ja noch lang, insofern könnte sich ja noch viel entwickeln und wir dann wieder abtauchen und letztendlich dann diese Vormonatskerze hier, diese schwache Vormonatskerze vom Juli auch bestätigen. Gut und damit wären wir dann erstmal wieder durch für den heutigen Mittwoch. Ich melde mich dann am morgigen Donnerstag wieder mit dem ING Markets Morning Call und möglicherweise dann mit Kommentaren unter dem Video. Ich hoffe, wir werden etwas mehr Dynamik wieder an den Markt bekommen und werden auch bald dann eine Entscheidung haben im DAX und nicht die ewige Seitwärtsphase weiter fortführen. Viel Erfolg im heutigen Handel und bis morgen.